Finde ich auch nicht so geil. Geh jetzt mal hier hinter. Hier weiß ich mich auch noch nicht. Ich ziehe aus wie ein Friedhof. Ist das ein Friedhof? Das ist ein Friedhof, Alter. Geil. Ey, das ist ein Friedhof, Mann. Ist das nice? Hier ist eine Kiste, oder? Da ist eine Kiste. Ist da jemand? Nee. Direkt am Grabstein ist eine Kiste. Und ich krieg die ganze Zeit die Salva, wo ich die spielen kann. Meine Pappe ist gut. Kast ist geil, Mann. Friedhof, Alter. Nice, nice. Kann ich irgendwie reingehen? Nee. Doch hier. Geil. Das ist ja fett. Das Handy, ich hab 10 Minuten eingestellt. Das sind niemals 10 Minuten, wie das hier ausgeht. Ich muss auf die Toilette. Ich hab total vergessen, dass ich auf die Toilette muss. Fuck. Wie lange ich schon Fortnite spiele? Aber von Anfang an spiele ich Fortnite. Wo es rausgekommen ist, direkt gespielt. Ist das nice. Das ist gerade geil, dass hier ein Friedhof ist. Gefällt mir. Kann man jetzt hier hoch? Ih, da sind ja für die Augen drauf. Ekelhaft. Wo geht denn die Zone hin? Oh, der tischt da ganz unten. Hier ist ja gar nichts. Wo ist denn der? Der ist bestimmt hier oben. Das sind sie. Der kennt sich jetzt da oben, oben rein und wartet einfach ab. Hm. Lieblings-Youtuber ist immer noch kronk. Wichser, Alter. Schön gecampt, der Penner. Seid ihr da hinten? Was ist denn da hinten? Was ist denn das? Was zur Hölle? Ey, das kann ja wohl nicht wahr sein. Die arbeiten zusammen. Lama, ey. Ich krieg ne Macke. Komm, komm, komm. Schnell, 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 schnell. Da bin ich jetzt hoch. So geil, ey. Was ist denn das, Alter? Wie geil. Guck dir das schon an. Wie geil. Guck mal, das ist neu. Kannst du mal hier reingehen. Kann man das umbauen? Hat das jemand gebaut? Tatsache, man kann das umbauen. Das ist ja geil. Oh, da ist jetzt gerade jemand hingezimmert. Nee, ne? Jetzt hat da jetzt niemand dahinter gezimmert. In der Ecke war da auch jemand. Das schaffe ich auf jeden Fall. Da kann man bei einer Ruhe nochmal die Stadt angucken. Aber die sind so weiter weg. Die schaffe ich gar nicht. Scheiße. Da ist dort erstmal ein Lama in das Gebäude. Wie geil das ist. Friedhof gehört mir auch mega. Nee, das schafft man nicht. Die ist so ultra schnell. Die ist nicht so schnell. Krass. Krass ist die schnell. Dann kann ich direkt mal auf die Toilette gehen. Und danach wird Abo zocken gemacht. Also wer Bock hat, einfach in die Kommentare reinschreiben. Und dann kann das losgehen. Mit Abo suchten. Wir können da zusammenspielen, wenn du möchtest. Ich mach's sowieso gleich Abo zocken. Die Bäume sehen auch richtig geil aus. Haben sie richtig schön gemacht. Boah, du hättest ja aber viel aus den Bäumen raus. Krass. Ach nee, das schaffe ich niemals. Sag mal, Plassenpark. Kann ich wirklich mal angucken? Ey, Clashercroix. Ich glaube, dir schön, dass du da bist. Follte mich sehr. Bei den Bäumen kannst du viel rausholen. 55 war das jetzt, oder? 57, alter Schwede, ist das nice. Und ihr Plassenpark hat sich... Ah, doch, da haben sie sich beim auch ein bisschen geändert. Oder nee, da waren schon immer so. Guck, da sahen, der Baum, der sieht so geil aus. Hab ja, haben wir aufgeholt. Warum sieht er schick aus? Das schafft man nicht. Da kann ich direkt auf die Toilette gehen. Ich muss die ganze Zeit schon auf die Toilette wie Sau. Guck mal an, die haben hier ein bisschen weniger Grasränge gemacht. Ist das heftig. Ist eben mega geil, das neue Update. Die haben auch da in den Sturm bisschen was verändert, ne? Wie man den Sturm an, wie der geil aussieht. Guck mal an, mit der Sturm. Ey, guck, schau an, der Sturm hat den Sturm ein bisschen geändert. Das sieht ja geil aus. Alter. Coolio. Kann man mal so lassen. Sieht man jetzt voll wieder storten, wo das hingeht. Oder sah das schon immer so aus? Ne, ne? Das ist schon immer so aus. Das ist für ein Timer oder was? Ja, Sturm, sie cool an. Hinten ist die neue Stadt. Bei 138 ist das geil. Das haben die richtig cool gemacht, ey. Bombastiko. Bombastiko. Okay, der ist auch raus, oder was? Auch nicht schlecht.